herzlich willkommen in meiner firma schlosserei oldorf heute habe ich mal was in eigener sache ich mache ja immer so viel auf youtube und ich mache das ja auch ganz gerne und ich freue mich auch immer und es gucken auch immer ganz ganz viele leute und ich bedanke mich ganz herzlich bei den leuten die abonniert haben und heute habe ich post gekriegt heute haben wir den ersten 2 2022 und wie gesagt also ich mache daher so viel und ich werde auch immer ganz viel angerufen dass ob ich hier helfen kann und da helfen können vieles mache ich also und kostenlos und umsonst und weil ich einfach spaß an meiner arbeit habe und auch mich freue wenn ich jemanden helfen kann heute kam ein paket und ich habe mich ganz toll gefreut es kommt von jemandem aus frankreich die adresse habe ich jetzt einfach mal im jahr zu gemacht ich habe das paket aufgemacht ich habe aber schon vorweg eine e mail gekriegt aber ich mache das paket auf und ich freue mich riesig was war da drin wir haben hier 12345 tafel schokolade mit nuss also ich freue mich also riesig darüber ich freue mich natürlich auch darüber wenn jemand schreibt dankeschön ich habe ihnen geholfen oder ich habe ihnen den tag gerettet und solche sachen und ich freue mich also ganz ganz doll immer auf schokolade ich mag ganz gerne schokolade mit nuss und ich möchte mich ganz herzlich noch mal bei demjenigen bedanken mit der mir das geschickt hat das weiß er auch darüber wollte ich jetzt ganz einfach mal ja ein video machen mich hierüber ganz herzlich in eigener sache bedanken also wenn ich ganz ehrlich bin ich mag schokolade lieber als wenn jemand mir auf meinem konto einen kleinen betrag überweist obwohl ich das auch toll finde ich muss ja auch meine sachen bezahlen und 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 aber über eine tafel schokolade freue ich mich riesen riesen doll und ich bedanke mich noch mal ganz 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 herzlich richtung frankreich an die person die mir das geschickt hat in diesem sinne ich mache weiter mit meinen videos ich mache das gerne und in erster linie mache ich sowas auch damit mein wissen nicht verloren geht was ich was ich so weiß was ich so kann und was so eben halt machbar ist und manchmal ist es auch so ich zerschrote hier am wochenende manchmal 200 euro um weil ich was wissen möchte über ein schloss über andere gegenstände und wenn ich das dann nachher weiß mache ich darüber ein video die videos sind auch nur sachen um jemanden zu helfen um jemand in eine bestimmte richtung zu schubsen oder einen gedanken zu geben man auch mal der das so gemacht sicherlich kann man vieles besser machen oder anders machen aber zumindest muss man erstmal die richtung wissen und dafür sind die videos eben gedacht wie gesagt also ich freue mich ganz ganz herzlich ich bedanke mich und ich mache weiter und wie gesagt also ich freue mich riesen riesen doll immer auf ein kleines dankeschön auf eine kleine tafel schokolade jetzt habe ich fünf stück gekriegt danke noch mal und ich wünsche euch alle einen guten tag